Bob und ich. Lieber auf den zweiten Blick. Von Stefan Kretschmer. Bob Hanning. Wo soll ich da anfangen? Ein Egoist. Schlimmer noch, ein Egozentriker. Einer, der sich für den Nabel der Handballwelt, zumindest aber des deutschen Handballs hält. Ein Wichtigtuer, Marktschreier, Besserwisser, Provokateur, Selbstdarsteller, gerne groß, arrogant, anmaßend, geltungssüchtig, taktlos, geschmacklos, exzentrisch, größenwahnsinnig, machtbesessen, eigennützig, rücksichtslos, gewissenlos, gefühllos, einer, der für Erfolg und Ruhm über Leichen geht. Habe ich was vergessen? Bestimmt. Aber das hier soll schließlich kein Roman werden. Vorurteile wie diese gab und gibt es über Bob Hanning zuhauf. Und ich plaudere an dieser Stelle kein großes Geheimnis aus, wenn ich sage, dass nicht gerade wenige Leute in der Handballszene bis heute ein Bild von ihm haben, das sich in Teilen mit obiger Auswahl quasi einem Worst-Off deckt. Von den Fans mal ganz zu schweigen. Bob Hanning ist zweifellos die umstrittenste Figur im deutschen Handball. Ein Typ, der total polarisiert. Das Problem dabei, alle haben eine Meinung zu Bob, aber die wenigsten kennen ihn, wissen, was ihn wirklich antreibt und bewegt. Das wird sich mit diesem Buch sicher ändern. Was mich betrifft, habe ich seit einiger Zeit die Gelegenheit, Bob aus nächster Nähe zu erleben und kann durchaus sagen, das Glück. Ich will ehrlich sein und nichts beschönigen, denn das hat keiner von uns beiden nötig. Auch ich hatte viele Jahre lang keine sonderlich hohe Meinung von Bob. Weniger staatstragend ausgedrückt, ich konnte diesen Hanning nicht leiden. In den besten Momenten war er mir egal. In den schlimmsten ging er mir richtig auf den Sack. Insbesondere dann, wenn wir uns mal wieder in der Wolle hatten. Die Abneigung beruhte auf Gegenseitigkeit, was ziemlich praktisch ist, denn das macht es deutlich einfacher, jemanden abzustempeln, in eine Schublade zu stecken und dort zu lassen. Er kam mit meiner Art nicht klar, ich mochte die Seine nicht und weil wir beide nicht auf den Mund gefallen sind, gab es ordentlich Beef. Man kann durchaus von einer feindlichen Koexistenz sprechen. Wenn mir also jemand vor ein paar Jahren prophezeit hätte, dass ich mal ein Kapitel in einem Buch von Bob Hanning übernehmen und auch mit ihm zusammenarbeiten würde, erfolgreich, sehr eng, vertrauensvoll und obendrein harmonisch, zumindest meistens, dann hätte ich dieser Person nicht widersprochen, ich hätte sie einfach ausgelacht. Vermutlich hätten wir gemeinsam gelacht. Über den Joke. Kann ja unmöglich jemand ernst meinen, so ein Schwachsinn. Hanning und Kretschmer als Duo. Tja, jetzt ist dieser Schwachsinn mein Alltag. Wie zur Hölle konnte das passieren? Gute Frage, lange Geschichte. Ich möchte sie einerseits möglichst kurz halten, muss aber schon etwas ausholen, um nachvollziehbar und verständlich zu machen, wie wir erst ziemlich beste Feinde wurden und schließlich ein eingespieltes Team werden konnten, in dem, und das ist eigentlich auch verrückt, nicht ich der Paradiesvogel bin.